Immunologie, Genetik, Zellkulturen. Das sind die Schwerpunkte des Bachelor-Studiengangs Applied Biology. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bietet mit exzellenter technischer Infrastruktur und modernen Laboren die besten Voraussetzungen. Die Module, die bei uns stattfinden, sind nicht nur spannend, logisch, sondern bereiten die Studierenden wirklich ganz hervorragend auf die Zukunft vor, auf eine wissenschaftliche Karriere, auf eine Laufbahn in der Industrie. Schwerpunkte liegen auf der klinischen Forschung, der Wirkstoffentwicklung und Qualitätssicherung. Das alles mit jeder Menge Praxisbezug. Dann macht uns sicherlich aus, dass wir einen ganz großen Fokus auf Praktika legen. Das heißt, bei uns gibt es nicht nur Vorlesungen, Seminare, sondern mit den Händen bringen wir den Studierenden die entscheidenden Techniken bei, die sie brauchen. Und wir arbeiten in kleinen Gruppen, also ein ganz intensives Betreuungsverhältnis. Das ist eine tolle Arbeitsatmosphäre, weil Anonymität, die gibt es hier eben nicht. Das entwickelt sich ganz schnell, dass wir uns kennenlernen, die Studierenden uns und wir die Studierenden, die Gesichter, die Namen, die Geschichten, die Bedürfnisse. Zudem ist der internationale Aspekt des Studiengangs nicht zu vergessen. So wird zum Beispiel auf Englisch unterrichtet. Das bringt natürlich interessante andere Sachen mit sich. Zum Beispiel, dass ganz viele Studenten von überall her zu uns kommen, um zu studieren. Außerdem haben wir viele Partnerhochschulen überall in Europa, an denen unsere Studenten im dritten Studienjahr arbeiten. Hier werden die Voraussetzungen für eine Karriere in Industrie und Forschung gelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017